Nie wieder Stundenzettel auf Papier, sondern kinderleicht Arbeitszeiten per App erfassen. Erledige deine Zeiterfassung mit nur einem Fingertipp. Die Zuordnung zum Projekt, zur Baustelle und zum Baubereich erfolgt ganz automatisch. Erfasse einfach die Zeiten für eine ganze Kolonne, ein Team oder einzelne Personen. Deine Zeiten lassen sich minutengetreu dokumentieren und natürlich auch die Pausen. Du kannst einzelnen Mitarbeitern und Zeiten direkt Tätigkeiten zuordnen. Wenn du Bemerkungen aussprichst, werden sie automatisch in Text umgewandelt. Nach getaner Arbeit brauchst du nur noch den Feierabend erfassen. Du hast jederzeit den Überblick, welche Mitarbeiter abwesend sind. Auch die Stunden für Tagelohn und Regiearbeiten behältst du ganz einfach digital im Griff. Ebenso lassen sich Leistungen der Nachunternehmer direkt mit ins Projekt dokumentieren. Die erfassten Spesen und Auslagen, Fahrtkosten und Übernachtungen werden direkt an die Lohnabrechnung übertragen. Dem Baubüro stehen alle Daten in Echtzeit zur Verfügung. Alle besetzten Baustellen hast du sofort im Blick.